Aus schmalen, schiefen Tüchern wurden riesengroße, rechteckige Äcker. Bodenneuordnung hieß das. Schönes Wort, nicht? Kleine Äcker waren für große Maschinen unrentabel, sagte der Landvermesser. Großbauern brauchten große Felder. Mähdrescher oder Vollernter konnten wir uns nicht leisten, nicht mal einen Trecker. Und freiwillig wollte kaum einer seins für ein anderes Land eintauschen. Erst letztens. Ich berichtete meiner Tochter freudestrahlend von meiner neuesten Anschaffung einer Bodybag. Und was sagt Töchting? Mensch, Mutti, so weit ist es ja wohl noch nicht, dass du einen Leichensack brauchst. Tja, wer was auf sich hält, gibt seinen Produkten und Firmen lustige Namen, so wie ein Backshop. Eigentlich pur übersetzt ja Hinterladen hieße. Hör mal, Prianka, halt die Klappe! Ich imitierte ein respektvolles Räuspern. Im Interesse unseres Auftrags, sie richtete sich auf, ich weiß, Kerl, der Idiot wird es vermasseln. So durfte es nicht weitergehen. Dein Mann hat es nicht so gemeint, raunte ich. Beruhige dich und gehe auf ihn zu. Ihr Weinglas zerschellte am Monitor. Misch dich da nicht ein, Kerl, fauchte sie, oder ich schwöre, ich ziehe dir den Stecker. Möge dich, Alter. Möge dich, Alter. Vielen Dank.